Und die standen in einem Pferch mit dreimal fünf Metern. Und ich bin draußen gestanden mit Nadja und wir haben uns geschworen, Abdul oder Red Bull, das war das letzte Mal, dass irgendjemand an diesem Nasenring herumzieht. Aber das Kopfzerbrechen hat uns bereitet, wie wir dem armen Kerl den Nasenring rauskriegen. Das ist so, wenn Leute in ein Zeugenschutzprogramm kommen, dann kriegen sie andere Namen. Genau. Lass die Sau raus. In diesem Podcast geht es um tierisch interessante Persönlichkeiten. Aber auch um Menschen, die Schönheit der Natur und ein kleines Paradies namens Hof Sonnenweide. Wir berichten über unsere Erlebnisse am Lebenshof, plaudern über Themen, die uns gerade bewegen und laden spannende Menschen zum Gespräch. Herzlich willkommen bei Lass die Sau raus, dem Podcast von Hof Sonnenweide mit Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Wir lassen die Sau raus und euch bei der Hoftür rein. Elisabeth, du bist gerade bei der Hoftür reingekommen. Wo kommst du her? Ich komm vom Berg, von unserem Schafberg, wo gerade... Von Berg? Wir sind im Burgen gelernt. Die Steige sind eben nicht vergessen. Haha, du warst halt noch nicht da oben, oder? Ach, ich hab die Wasser runtergegangen. Weil ich bin zu Fuß raufgegangen. Ich war motorisch unterwegs. Genau, komplett vereist und aufgestöckelt, habe ich mich da hinaufgekämpft. Derzeit resultieren ja die Lamas bei den Schafen. Und die wechseln ja manchmal sonst bei den Schafen dabei, manchmal sonst bei den Pferden und Eseln. Und ja, wir haben ja am Samstag die Jumpy abgeholt von der VetMed, unser Lama. Und das Problem, ich bin beim Kauen und mit den Zähnen hatte, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Wir haben es letztes Mal kurz thematisiert. In der Zwischenzeit ist die Jumpy operiert worden. Es wurden vier Zähne entfernt bzw. gezogen. Ja, sie hat super überstanden. Und das Problem dürfte auch schon so lange gewesen sein, hat die Chirurgin, die Veterinärmedizinerin, Spezialistin für Lamas gemeint, dass zum Glück, und das muss man wirklich sagen, die Zähne sehr leicht rausgegangen sind. Das heißt, sie hat keinen Stoppel gebraucht. Das ist, wenn normal die Zähne mit der Wurzel entfernt werden. Wir kennen das von der Wendy, unserem Pony. Da hat man das vor zwei, drei Jahren. Kommt dann in die Wunde ein Stoppel rein, der dann mühsam wieder entfernt werden muss. Öfter gewechselt, Wunde gesäubert, bla bla bla. Das hat sich die Jumpy alles erspart. Und uns. Ja, und unseren Tierarzt, weil Lama ist wirklich speziell. Es gibt jetzt nicht so viele Tierärzte, die sich mit Lama wirklich gut auskennen. Geschweige denn mit dem Gebiss. Wenn ihr euch ein Lama-Schnauzerl vorstellt, das ist wirklich sehr, sehr schmal. Es ist hoch oben. Also es ist nicht so einfach, da irgendwie herumzumurksen. Aber sie bekommt Spezialfutter jetzt jeden Tag. Daher komme ich eben gerade. Die Jumpy ist sofort nach der OP am nächsten Tag. Übernächsten Tag haben wir sie dann gleich wieder abgeholt. Und sie hat da schon ganz normal gefressen, wieder Heu gemümmelt. Aber in der Wettmeldung ist sie auch sehr verwöhnt worden von den ganzen Studenten und Studentinnen. Ich bin ein bisschen neidisch. In erster Linie nämlich Studentinnen. Ja, die waren nicht unhübsch, muss man sagen. Und jung. Mit kleingeschnitteren Karöttchen. Und wie ist ein Kops? Das ist im Prinzip, man kann sich das vorstellen wie ganz klein geschnetzeltes, gepresstes Heu in Kopsform. Das weigt man ein. Und das wird dann so ein bisschen ein Heupüree. Riecht irrsinnig gut? Riecht sensationell. Und das kriegt sie jetzt auch vermischt mit extra Lama-Müsli. Und das inhaliert sie mehr oder weniger. Also jetzt für Lama-Tempo. Du stehst halt eine halbe Stunde dabei und schaust dir zu, wie sich das Müsli und die Heukops in sich reinmümmelt. Man muss zwingend dabei stehen, weil unsere Schafe, die zum Teil recht groß sind, äußerst gierig sind. Denen würde es natürlich auch schmecken. Das heißt, du stehst eigentlich da und wehrst die anderen Schafe und die anderen Lamas ab und schaust, dass die Champi in Ruhe fressen kann. Aber es gelingt ganz gut und es macht total Freude, zuzuschauen und zu sehen, wie es ihr schmeckt. Und wie gesagt, beim Heukauen hat es auch kein Problem. Und in der Früh mache ich ja immer so eine Leckerli-Runde, wo alle Tiere so irgendwas ganz Besonderes kriegen von mir. Und bei den Schafen sind es Karotten und Äpfelstückchen und auch Pferdeleckerlis. Und da hat die Champi jetzt in den letzten beiden Tagen auch schon die ersten Karotten wieder reingemümmelt. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber sie kann es beißen und sie kann es schlucken. Ich darf übrigens hier kritisch anmerken, lediglich die Tierchens werden so verwöhnt von der Elisabeth. Nein, ich mache da jeden Tag in der Früh einen Tee mit unseren eigenen Kräutern. Frisch aufgebrüht, okay, gut. Stattgegeben, euer Jahr. Ist vielleicht nicht unbedingt das Leckerli für den Andi. So, aber jetzt. Genug gekaspert, dann auf zu unserem Ersten, zu unserem Nächsten. Genug gekaspert. Was ist das aufgetrieben? Was für ein Wort. Der Kasperl-Post. Ja, wer es noch nicht gehört hat, unsere beiden letzten Folgen mit Gästen, nämlich den Felix Naht von der Veganengesellschaft Österreich und den Herrn Hofrat-Professor Dr. Rudolf Winkelmeier, seines Zeichens ehemaliger Jäger, Amtstierarzt und jetzt überzeugter vegan lebender Mensch. Das waren sehr spannende Gespräche. Also wer es noch nicht gehört hat, bitte unbedingt nachhören. Ja, wer es vielleicht nicht weiß, Vegan January. Veganuary. Dankeschön. Ich tue mir mit solchen Wörtern immer total schwer. Bedeutet, ist eine Initiative, die von Großbritannien ausgegangen ist, ich glaube schon 2014. Das bedeutet, dass es gerade im Jänner, dass man mal probieren soll, für Menschen, die noch nicht vegan leben, diese Produkte einfach einmal auszuprobieren. Oder nicht die Produkte, sondern eigentlich den Lebensstil einmal einen Monat auszuprobieren. Es wird dann sehr leicht gemacht. Mittlerweile sind die ganzen Supermarktketten drauf aufgesprungen. Und die Discounter, also überall gibt es vegane Produkte zu meistens auch vergünstigten Preisen. Es wird darauf aufmerksam gemacht. Und es bewegt sich sehr, sehr viel dadurch, das muss man so sagen. Und wie gesagt, aus dem Anlass haben wir auch gerade diese beiden Gäste für den Jänner gewählt. Ja, was sagst du zu den Gesprächen? Also, was uns beiden einfach aufgefallen ist im Zuge des Resümes zum Veganuary. Leute, wir müssen reden. So nicht. Also, was mir ganz wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Thema. Es ist aus meiner Sicht bemerkenswert, wenn man die beiden Gespräche anhört, aber wenn man auch alle anderen Gespräche anhört, die wir bis jetzt geführt haben mit Expertinnen, Experten, Wissenschaftlern und so weiter. Alle Gespräche beinhalten einen ganz wesentlichen und wichtigen Satz, den jeder, du kannst nachhören, von denen gesagt hat. Wichtig ist, dass wir uns in Bezug auf die Themen, die uns bewegen, zusammensetzen, miteinander diskutieren, faktenbasiert debattieren und uns nicht die Schellen einhauen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt einfach passend zum Thema Veganuary, dass es einfach leider Gottes sehr, sehr häufig passiert. Auch jetzt in den letzten Tagen, Wochen ein paar Mal mitbekommen, speziell auf Facebook, noch auch noch nicht, wo sonst. Facebook geht richtig die Post ab, da öffnen sich die Tore zur Hölle. Zu den menschlichen Abgründen. Genau. Wenn Veganer und nicht-vegan lebende Menschen aufeinandertreffen. So geht's nicht. Ich meine, das ist das Wesentliche, was auch der Dr. Winkelmeier gesagt hat, das ist mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Und das zitiere ich seitdem sehr, sehr gern für mich und auch immer wieder, wenn ich es lese, mehr Fakten, also mehr Wissen, weniger Meinung. Und auf Facebook und Co., aber eben speziell auf Facebook ist es genau umgekehrt. Da wirft jeder mit seiner Meinung um sich und behauptet, dass das das Richtige ist. Und das ist halt so der riesengroße Unterschied. Und man sagt immer, die jungen Leute müssen lernen zu recherchieren und Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden, bei der ganzen Medienvielfalt, die es da jetzt gibt. Aber mir ist halt aufgefallen, dass es nicht so sehr die Jungen sind. Die können das besser als manche andere, weil sie damit ja aufgewachsen sind. Bei uns hat es die Kronenzeitung gegeben, in Kurier und dann ein bisschen später in Standard. Und ORF, FS1, FS2. Und das war es in der Medienlandschaft. Also ein bisschen mehr schon, aber im Großen und Ganzen war es das. Und jetzt in dieser ganzen Fülle von Informationen ist es offenbar für die Generation, also für unsere Generation und plus 10, 20 Jahre, also wir sind jetzt 50, da habe ich das Gefühl, die tun sich wesentlich, wesentlich schwerer mit dem Thema, was ist wahr und was ist eine Meinung, was ist ein Fakt und was ist eine Meinung und wo ist der Unterschied. Und das ist halt so wichtig in einer Diskussion. Wenn es meine Meinung ist, dann kann ich das ja sagen, aber dann ist es meine subjektive Meinung, basierend möglicherweise auf den und den Erlebnissen. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, also der große Appell ist, dass leider geht es aufeinander zu. Ein bisschen mehr Verständnis füreinander. Wir in unserem Fall zum Beispiel leben jetzt die letzten mittlerweile über 10 Jahre, oder? Genau, 10 Jahre sind es ja. Die 30 Jahre davor allerdings eben nicht. Und deswegen habe ich größtes Verständnis, wenn jemand... Ich finde jetzt deine Rechenaufgabe gerade lustig. 10 Jahre vegan, 30 Jahre davor nicht. Wenn wir 50 sind, fehlen da 10 Jahre. Ja gut, du bist ja noch nicht ganz 50. Ich bin ja knapp über 40. Ja, alle Veganer, wir sind nicht so auf die Welt gekommen, sondern wir haben durch Erlebnisse sind wir dazu geworden, haben sich dazu entschlossen, so zu leben. Und alle, die nicht vegan leben, ja ist okay. Vielleicht auch für die andere Seite ein Stück weit Verständnis aufbringen, dass das möglicherweise einen Grund hat, warum die Menschen sich dazu entschlossen haben, pflanzlich zu ernähren. Genau. Ja, was hat sie bei uns am Hof getan in den letzten 14 Tagen, Andi? Das weiß unsere liebe Elvira, hätte ich gesagt, oder? Ja, dann starten wir mal. Elvira, Tagebuch einer großen Gans. 17. Jänner. Eseldame Emmy täuschte einen Arthritis-Anfall vor. Irgendjemand hat dir wahrscheinlich erzählt, wie luxuriös Lama-Dame Jumpy auf der VetMed-Uni versorgt wird. Der Tierarzt macht dir aber einen Strich durch die Rechnung. Nichts da, Emmy. Du bleibst am Hof. 19. Jänner. Der schwarze Turbohund Emil fetzt wie verrückt auf einem Haufen Schilf herum, den Andi aufgeschichtet hat. Können Hunde lachen? Absolut. Das Video liefert den letzten wissenschaftlichen Beweis. 20. Jänner. Esel Matteo wärmt sein Näschen in der aufgehenden Sonne. Und das Bild dazu erwärmt sogar mein hartes Herz. 23. Jänner. Der großen Gans sei Dank. Jumpy hat die Operation heute gut überstanden. Vier Zähne wurden ihr entfernt. Sie hat auch gleich zu Hause angerufen, um die Rückfahrt zu buchen. 24. Jänner. Was für eine Heldengeschichte. Emil, der tapfere kleine Hund, hat heute einen Fuchs verjagt. Bis auf eine kleine Wunde an der Flanke hat er das Abenteuer gut überstanden. Für diese Heldentat bekommt er von mir aus Dankbarkeit den großen weißen Sternorden am blauen Band. 27. Jänner. 27. Jänner. Jumpy ist endlich wieder da. Die ganze Belegschaft kommt zur Begrüßung. Jetzt bekommt sie jeden Tag ihr eigenes Spezialfutter, damit sie auch bald wieder vollfit ist. 30. Jänner. Andi hat für die Esel und Pferde heute eine eigene Strohraufe auf der Koppel aufgebaut, damit sie Tag und Nacht knabbern können. Hof Sonnenweide ist wirklich ein Fünf-Stern-Luxus-Resort. Elvira. Tagebuch einer großen Gans. Ja, das Einzige, wo der Elvira wahrscheinlich nicht passt, ist diese große Kälte und dass der Teich noch immer zugefroren ist. Eine Sauerei. Mich wundert es, dass sie es nicht dramatisiert hat, aber das hatten wir das letzte Mal schon. Genau. Stroh. Stroh für die Esel und Pferde. Elisabeth, wie kamst du dazu? Naja, die Emmy hat, wir hatten den Tierarzt da und da ist uns aufgefallen, dass die Emma, unsere älteste Eselin, die ist ca. 21, 22, dass die ganz, ganz schlecht gegangen ist, wie wir es vorgeholt haben zum Untersuchen. Und der Tierarzt hat, oder ich auch, habe zuerst einmal Hufrehe vermutet, weil wir haben gerade ein neues Heu gekriegt und das war ein ganz feines, nährstoffreiches Heu. Und die Emmy ist ein bisschen dickerl, muss man dazu sagen. Sie ist gut im Futter. Und bei den Eseln ist es, auch für die Pferde ist es viel besser, eher strohiges Heu zu füttern, also ganz langstieliges, kurz bevor es aussamt, geschnittenes und nicht dieses ganz Feine. Es ist perfekt für die Schafe, für die Ziegen und für die Lamas. Ja, auf jeden Fall haben wir vermutet, dass aufgrund zu vieler Nährstoffe, dass die Emmy einen Reheschub hat. Das ist eine Entzündung der Lederhaut im Huf. Ja, dann sind wir aber draufgekommen, es ist Arthritis, aber bevor wir draufgekommen sind, bei Rehe ist die erste Maßnahme, du setzt das arme Fiegel einmal auf die Eid. Arme Emmy. Die arme Emmy, genau. Und mit auf die Eid haben wir gleich mit ihr gesetzt, die Ilvier, ihre beste Freundin, die auch ein bisschen dickerl ist. Und haben gesagt, das schadet ihnen nicht. Und die Esel müssen aber, oder sollten eigentlich ständig Futter zur Verfügung haben. Haben wir damals schon gehört im Podcast mit Ulrich Kettner von der Eselrettung. Da ist einfach der Magen, so der Magen produziert laufend Säure. Und es ist wichtig, dass die in kleinen Portionen oder in kurzen Abständen immer fressen können. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt irgendwas Nährstoffreiches sein soll. Eseln fressen zum Beispiel Holz und Stroh. Und deswegen, damit der Magen gut gefüllt ist von den beiden, dass sie nicht Hunger leiden müssen, haben wir ihnen einfach Stroh gegeben statt dem Heu. Das war so der Diätplan. Und das haben wir dann durchgezogen eineinhalb Wochen. Und es ist da immer sichtlich besser gegangen. Wir haben es natürlich dann auch medikamentös behandelt mit Entzündungshemmern, Schmerzmitteln. Aber es hat ihnen nicht geschadet, diese beiden, also ja, diese eineinhalb Wochen. Eseldiät. Eseldiät, genau. Und weil das allen unseren Tierchen nicht schadet, haben wir dann gesagt, gut, dann behalten wir das gleich bei. Sie kriegen jetzt extra eine Raufe, die immer mit Stroh gefüllt ist, sodass sie auch in der Nacht, wo wir es wegsperren von der Heuraufe, damit sie einfach nicht zu viel fressen. Weil vor allem der Haarflinger, also das ist einer, der wahrscheinlich 24 Stunden durchfressen hätte, wenn er irgendwie könnte, wenn er nicht hier und da mal schlafen müsste. Und die Rokita, unsere Pinto Stutter, ist nicht viel besser. Und so können sie jetzt wirklich immer knabbern, wenn sie wollen, aber halt einfach was Kalorien-Nährstoff-Reduziertes. Einen Luxus-Resort. Genau. Hochsonnenweide. Ja. Ja, dann würde ich aber sagen, es wird Zeit für unsere erste Werbung, oder? Hätte ich auch mal so gesagt. Allerdings, Spoiler-Alert für alle, die schwache Nerven haben, bitte dreht die Lautstärke ein bisschen zurück. Juhu. Werbung. Ein kleiner Lebenshof im Burgenland, als Paradies für Mensch und Tier ist er bekannt. Werde ein Teil davon, wart nicht mehr lang. Ganz nah ist deine Patenschaft schon da. Komm, hol sie dir. Willst du den Podcast gleich mal rezensieren? Oder du kannst ihn auch gleich abonnieren. Eine Bewertung wär fein, gib sie uns jetzt. Ganz nah sind die fünf Sterne fast schon da, gib sie uns jetzt. Ganz nah ist deine Patenschaft schon. Ganz nah ist auch deine Bewertung. Komm zu uns, bewerte uns. Komm zu uns, bewerte uns. Komm zu uns, bewerte uns. Werbung Ende. Also für alle, die jetzt ein Trauma mitgenommen haben, ich glaube, wir packen in die Shownotes noch den Link vom Psychosozialen Dienst, weil es jemand psychologische Hilfe braucht jetzt nach dieser Werbung. Ja, aber wir sind jetzt gleich bei den nächsten Rubriken angelangt. Wir sind gleich bei den nächsten Rubriken angelangt. Ja, die Lisa bedeutet schon leichte Schäden davongetragen. Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen ja den Podcast mit Kopfhörerlauf. Das Erlebnis ist noch viel intensiver, ich kann es euch sagen. Brain Damage. Ja, also wir kommen zu dem nächsten Thema. Dem nächsten Thema. Also, geht schon. Ja, nächstes Thema. Geschichten von Hof Sonnenbäde. Rosamunde Pilcher war dir immer schon zu wenig romantisch? Bei Mission Impossible viel zu wenig Action? Und bei Dr. Dudutl viel zu wenige Tiere? Dann kommt jetzt deine Serie mit romantischen Tieren in Action. Nein! Romantik, Tiere und Action. Oh yes! Geschichten von Hof Sonnenweide. Authentisch, ehrlich und ungeschminkt. Jetzt nur in diesem Podcast. Also, Andy, was ist die heutige Geschichte von Hof Sonnenweide? Ehrlich und ungeschminkt, wie Abdul und Fatima zu uns kamen. Wer ist Abdul und Fatima? Unsere beiden Rinder. Genau. Wir haben ja insgesamt vier Rinder, Abdul und Fatima. Dann die Joko, das ist ein Dexter-Rind. Und die Bonnie. Die Bonnie, die schon am allerlängsten bei uns ist. Und die Abdul und Fatima sind jetzt ziemlich genau vor drei Jahren zu uns gekommen. Am 6. Februar. 2021. Da haben wir gedacht, das ist eine total liebe Geschichte. Das möchten wir euch gerne einmal erzählen. Weil die beiden sind nämlich nicht irgendwelche Rinder. Die beiden sind Zirkus-Rinder. Genau. Ja, und zwar sind wir zu den beiden gekommen. Wir hatten unsere Ursprungs-Rinder. Zirkus-Rinder waren Merlin und Bonnie. Das waren zwei Hochland-Rinder. Aus der Wüste nennt sie das. Das ist ein... Ein Naturschutzgebiet. Ja, ein riesengroßer Naturpark in der Nähe von Loreto. Und dort haben wir die beiden rausgekauft. Mit circa ein Jahr waren sie damals alt. Das ist ein fleischverarbeitender Bauer gewesen. Und wir wollten Rinder haben, die gut extensiv leben können. Darüber haben wir schon mal gesprochen in einer Podcast-Folge. Das heißt, dass sie keinen geschlossenen Stahl brauchen mit klimatisierten Stahlklima, sondern dass sie auch heraußen leben können mit einem Unterstand. Ja, und zwar sind wir zu den beiden gekommen. Der Merlin, der Ochse, also der Stier damals noch. Und die Bonnie, die Kuh. Wir haben natürlich dann in Merlin kastrieren lassen, weil ja der Sinn von Lebenshof es nicht ist, dass sich die Tiere vermehren. Ja, die zwei haben dann bei uns sehr glücklich gelebt auf einer sehr großen Wiese. Ja, und dann hat da Merlin aus irgendeinem Grund... Schwierigkeiten mit der Hüfte gekriegt. Genau, also wir vermuten, dass... Wir hatten einen Biber, hinter der Koppel der Hohlandrinder fließt der Bach vorbei und es ist ein ganz kleines Auwäldchen und dort hat sich ein Biber angesiedelt, was uns sehr, sehr gefreut hat. Dieser Biber hat aber von der Koppel der Rinder zu seinem Bau Tunnel gegraben, wie das Biber so tun. Und unsere Vermutung ist ein bisschen, weil die Wand zum Teil im hohen Gras, hat man den Eck schau gesehen, dass der Merlin in so einen Tunnel mit einem Hinterlauf eingebrochen ist. und auf jeden Fall hat er dann Schwierigkeiten mit der Hüfte, also beim Gehen. Ja, das hat sich leider nicht gebessert und man kann bei so einem riesen Tier ganz, ganz wenig machen. Also wir haben... Also wenig bis gar nichts. Du kannst Schmerzmittel geben. Genau, Entzündungshemmer. Du kannst vermuten, was es ist. Also wir hatten natürlich etliche Male einen Tierarzt da, der einen angeschaut hat, der halt seine Vermutungen angestellt hat. Und es ist dann mit Schmerzmitteln, Entzündungshemmen und so weiter, ist es dann immer zeitweise besser geworden. Ja, und irgendwann war es dann wieder so weit, wenn es ist... Man hat das Gefühl gehabt, wenn er sich überanstrengt hat, war es dann einfach wieder schlechter. Also er ist einfach langsam dahin gehumpelt und hat manchmal dann schon gar nicht mehr aufstehen können an manchen Tagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war klar, der Merlin wird jetzt kein hohes Alter erreichen, mit ziemlicher Sicherheit. Und ja, was tust du dann mit nur einem Rind? Also was ist, wenn der Merlin tatsächlich stirbt? Dann bleibt die Bonny alleine über und das geht natürlich gar nicht. Und so haben wir uns dann schon voraussichtlich umgeschaut, wo können wir jetzt Gefährten für die Bonny herkriegen. Und das war gar nicht so einfach, weil wieder die Voraussetzung, es müssen Tiere sein, die einer extensiven Haltung gewohnt sind. Wir haben uns andere Hochlandrinder angeschaut. Es gibt eine große Herde, es gab eine große Herde in einer Nachbarortschaft, und da waren wir dort. Das war aber so eine richtige wilde Herde, die ist jetzt übertrieben, aber eine Herde, die überhaupt keinen Menschenkontakt hat, wo der Besitzer gesagt hat, reingehen würde er dann nicht. Und das war für uns dann auch so, hm. Ja, außerdem haben sie auf zehn Hektar gelebt, also denen ist es wirklich gut gegangen. Genau. Und da haben wir gesagt, eigentlich schaut, wenn wir da welche rauskaufen, weil denen geht es eh gut. Wir suchen uns andere, denen es nicht so gut geht. Genau. Und dann kam, habe ich auf einmal Facebook gesehen, Jack und Cebu zu verkaufen, von einem Zirkus, glaube ich, war das als erstes. Und ja, das habe ich das erste Mal übersehen. Und dann kam aber, genau, dann habe ich meine Cousine gefragt, die arbeitet auch beim VGT, und habe ihr das gesagt, dass wir auf der Suche nach zwei Rinnen sind, weil falls der VGT, also der Verein gegen Tierfabriken, irgendwo was hört, wo welche zum Retten sind, zum Rauskaufen sind, dass sie mir Bescheid gibt. Und die hat mir diese Anzeige dann nochmal weitergeleitet und hat gesagt, schau, da ist in einem Zirkus ein Jack und ein Cebu zum Kaufen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, Jack ist ein Tier, das eigentlich in großer Kälte lebt, und wir sind da im Burgenland. Doch die heißeste Gegend in Österreich, oder eine der heißesten Gegend, ist wahrscheinlich nicht ideal. Und habe dann sogar noch den In-Wut-Bauern angeschrieben, das ist dieser Christian Bachler, genau, in der Steiermark, der auf einem höchsten Bergbauernhof in der Steiermark hat, und der züchtet Jacks. Und den habe ich angeschrieben und habe ihn gefragt, was er vor der Idee hält, ein Jack ins Burgenland zu holen. Und der hat mir zugeschrieben, auf gar keinen Fall. Die kriegen Atemschwierigkeiten bei 24 Grad plus mit dieser Unterwolle, also dem Tier tut man nichts Gutes. Deswegen habe ich das erst einmal verworfen. Aber wie so oft ist mir diese Anzeige dann von einer Salzburgerin, von einem Salzburger Tierschutzverein, nochmal geschickt worden über Facebook. Und dann habe ich mir gesagt, wo ist die Ruf an? Und habe dort angerufen. Und siehe da, es hat sich herausgestellt. Das ist gar kein Cebu. Okay, es hat sich herausgestellt, das ist gar kein Jack. Das eine war Zwergzebu. Und das andere, das Jack, war ein Cebu-Jack-Mix. Ich habe dann ein bisschen mit der Besitzerin, also mit der Zirkusdirektorin gesprochen. Und sie hat gesagt, nein, also der ist eigentlich immer bei uns schon. Und sie hat jetzt nicht so richtig Ahnung gehabt von der Rasse oder so. Also das ist eigentlich kein Problem. Und er hat ein kurzes Fell. Und dann haben wir gesagt, gut, fahren wir mal hin. Man muss dazu sagen, der Grund, warum der Zirkus die Tiere verkauft hat, war, es war genau in der Corona-Zeit noch, der Zirkus ist in Österreich sozusagen gestrandet. Im Wiener Wald haben die das Winterquartier aufgeschlagen, konnten einfach keine Auftritte, keine Vorführungen mehr machen. Und aus dem Grund haben sie aber auch alle Tiere, die es nicht, keine Ahnung, wichtig waren, überlebenswichtig oder, ich weiß nicht, die es nicht unmittelbar gebraucht haben, haben es dann verkauft. Die haben uns einmal hingefahren und haben uns die zwei angeschaut. Und es war wirklich so, der Red Bull hat er geheißen, der Stier, das Jack-Zebu-Mix-Tier, hat wirklich ausgeschaut wie ein Jack ohne die Unterwolle. Also der hat ein komplett glattes, schwarzes Fell gehabt. Aber sonst die Statur, dieses Bullige, sogar der Schweif. Schweif ist bei einem Jack so ein bisschen wie ein Pferdeschweif. Also eher buschig. Und die imposanten Hörner, das ist alles sehr, sehr jackartig. Und die Fatima eben, die kleine Graue dazu, war das Zwerg. Damals noch Saphira. Genau, damals noch Saphira. Also die zwei haben Red Bull und Saphira geheißen. Die standen in einem Pferch mit dreimal fünf Metern. Ja, hat Zirkus. Also das Winterquartier war eine ehemalige Fabrikshalle. Da waren ja noch zehn Eseln untergebracht und ein paar Pferde. Also sie haben da nicht gleich gesagt, ob wir nicht die Eseln auch mitnehmen wollen. Also natürlich gegen Entgelt. Also wir hätten gewollt, aber... Wir hätten gewollt, aber ja. Man kann halt einfach nicht alles machen. Abdul oder Red Bull hatte einen riesen Nasenring. Der Zirkusdirektor hat uns auch gesagt, er war in der Manege. Wir haben das gar nicht großartig hinterfragt. Also es war uns alles nicht sehr sympathisch dort. Ach, das Kunststück war, dass er zum Nasenring hingezeigt hat und der Abdul hat sie hingelegt. Der hat gesagt, Red Bull, leg dich! Und hat auf dem Nasenring gezeigt und der Red Bull hat sie hingelegt. Man kann sich dann... Jeder hat ein Bild dazu... Wie er das trainiert hat. Genau. Ja, er hat auch gesagt, er leuchtet uns doch freiwillig in den Hänger mit nach. Also wir haben dann, glaube ich, eine Woche später den Hänger angespannt, den Pferdeanhänger, weil er gesagt hat, der geht eh so brav in den Hänger, der geht mir hinten nach ohne irgendwas. Ja, er ist irgendwie hinten nachgegangen. Er hat das Führseil am Nasenring befestigt, hat einmal angeruckelt und der Red Bull ist reingegangen in den Hänger. Und die Safira, damals noch, die hat alles gemacht, was der Abdul macht. Die ist im Nachttag. Die ist im Nachttag ab in den Hänger. Und ich bin draußen gestanden mit Nadia und wir haben uns geschworen, Abdul oder Red Bull, das war das letzte Mal, dass irgendjemand an diesem Nasenring herumzieht. Das ist das Erste, was wir machen, dass der rauskommt. Ja. Ja, und dann haben wir sie nach Hause gebracht. Aufruf Sonnenweide. Genau. Da gibt es ein unglaublich liebes Video dazu, wie sie angekommen sind, wie sie begrüßt werden von den Pferden und von den Eseln, wie sie alle neugierig schauen, weil wir haben es zuerst natürlich getrennt gehalten von Merlin und Bonny, von den Hochlandrindern, auf Sicht, dass sie sich einmal kennenlernen können, aber nicht gleich zusammenkommen. Vor allem der Merlin mit seiner Wehenhüfte, also der hätte ja nicht davonlaufen können. Ja. Das größte Kopfverbrechen hat uns bereitet, wie man dem Abdul, also damals noch Red Bull, wir haben sich dann umgetauft, weil wir gesagt haben, das geht gar nicht. Ja, wirklich, kein Tier bei uns aus Red Bull. Sicher nicht. Aber das Kopfverbrechen hat uns bereitet, wie wir dem ormen Kerl den Nasenring rauskriegen und einem Tierarzt beratschlagt, wie man das machen kann. Der war ein bisschen ratlos, das ist gar nicht so einfach. Wir wollten dann eben nicht sedieren, das ist ja nie so besonders gesund für ein Tier. Und Abdul hat uns die Entscheidung dann sehr erleichtert. Ja, man muss dazu sagen, der Nasenring, der ist nicht so wie ein Ohrring, dass man den einfach öffnen kann, sondern den zieht man durch die Nase bei den Stirn, der rastet ein, dann bricht offenbar Bolzen ab und das Ding ist bombenfest drinnen. Und das ist ein, was ist das für ein Material? Das ist so ein medizinischer Stahl. Also das kriegst du einfach so nicht auf mit der Hand, keine Chance. Ja, und das muss man schon dazu sagen, wie du bist auf den Namen gekommen, Abdul. Ach so, tatsächlich? Ja, genau, im Auto haben wir nur überlegt, wie man das... Also klingt ähnlich. Genau, weil er eben auf seinen Namen gehört hat, auf Red Bull, also der hat das auch noch so richtig deutsch ausgesprochen. Und dann hat der Antti gesagt, er heißt Abdul, klingt ähnliches. Und so ist er Red Bull, Abdul geworden. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, okay, die Safira, also das Zwergzebo-Mädchen, neues Leben, neuer Name und haben sich dann umbenannt in Fatima. Und das ist das Abdul und Fatima bei uns. Genau. Das ist so, wie wenn Leute in ein Zeugenschutzprogramm kommen, dann kriegen sie andere Namen. Ja, und dann eben dieser leidige Nasenring. Also Abdul war jetzt auch nicht besonders zutraulich. Also es ist jetzt nicht so, dass man den am Nasenring anfassen hätte können, er ist sofort weggezuckt, wenn man mit der Hand hin ist. Komisch. Ja, also händisch hätten wir ihn dann nicht entfernen können. Und unsere größte Sorge war mit diesem Ring, dass der irgendwo hängen bleibt, weil wir haben ja große Koppeln mit Büschen drauf und Bäumen drauf und der Zaun. Also die Gefahr war schon gegeben. Und genau das ist passiert. Eines Tages steht er da und hängt am Zaun mit seinem Nasenring. Gott sei Dank sehr ruhig. Er ist ganz ruhig gestanden. und hat seiner Dinge geharrt. Also er ist an so einer, wie nennt sie das, Stromlitze, also am Zaun. Ja, so einem Isolator. Isolator, genau. Ist er gehängt, es war eh kein Strom drin, also keine Sorge, aber der Nasenring hat sich dort verhackt und wir haben diese Gunst der Stunde sozusagen genutzt. Ich habe ihn schnell festgehalten. Also ich war nämlich außerhalb vom Zaun, das war das Gute, nicht innerhalb und habe ihn vor außen, habe ihn dann festgehalten am Ring der Andis, schnell reingelaufen und der Bolzenschneider, einen ganz großen Kult. Ja, und dann haben wir den Ring abgezwickt sozusagen, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Außerhalb vom Zaun, der Abdul, innerhalb vom Zaun, hat er an zwei Stellen, hat er einen aufgezwickten Ring und den Rest hat der Abdul dann selber erledigt. Kannst du dir erinnern, er ist dann weggegangen, zwei Schritte, also er war überhaupt nicht wild, also er ist vollkommen ruhig gestanden. Das hat ihm auch nicht wehtun, also er hat es nicht gezerrt oder so irgendwas. Aber er ist dann zwei Schritte weggegangen mit dem Zaun und hat mit der Zunge, hat er den Ring aus der Nase gewischt. Das war total rührend. Ja. Und so sind die zwei vom Zirkus auf Sonnenweide gekommen. Von einem Zirkus in den nächsten Zirkus. Genau. Ein Zirkus auf Sonnenweide. Das waren dann auch relativ schnell, ich glaube innerhalb einer Woche sind sie übersiedelt zu Merlin und zu Bonny und die haben es ja sofort gut verstanden. Und es war halt dann auch wirklich, es war absehbar, aber ein halbes Jahr spät ist der Merlin dann tatsächlich gestorben. Wir haben dann einschläfern lassen müssen, weil er einfach nicht mehr mehr aufstehen konnte. Ja, und dann waren es drei Rinder, aber ja, was ist dann passiert? Es ist ein bisschen so wie das dritte Rad am Wagen. Genau. Das ist auch bei Menschen, das ist natürlich auch immer eine Konstellation. Der Abdul und die Fatima waren ein ganz eingeschworenes Team. Das heißt, die haben natürlich die meiste Zeit miteinander verbracht. Und wir haben gesagt, wir brauchen jetzt für die Bonny. Ja, weil die Bonny hat, also das muss ich sagen, das war das erste Mal, dass wir erlebt haben, dass ein Tier trauert. Also bei uns sind ja schon sehr viele Tiere gestorben, einfach altersbedingt. Und wir haben nie erlebt, dass die verbleibende Erde irgendwie getrauert hätte. Auch bei unseren Hunden war es noch nie so und auch bei den Katzen. Wir haben auch eine eigene Folge einmal darüber gemacht im November. Aber Bonny war das erste Mal, wo man gesehen hat, also die leidet, dass der Merlin nicht mehr mehr da ist, ihr Gefährte, mit dem sie im Prinzip aufgewachsen ist. Möglicherweise waren es sogar Geschwister, das wissen wir nicht so ganz genau. Und sie ist auch sogar tatsächlich beim toten Merlin stehen geblieben, was eben die anderen Tiere nicht machen. Die gehen einfach fort. Ja. Und sie ist tatsächlich stehen geblieben bei ihm und hat auf ihn aufgepasst. Da hat es uns ordentlich Druck damals. Und ja, und das ist ja nicht wirklich besser geworden. Also sie war, sie hat sich nicht so richtig in die Gemeinschaft von Abdul und Fatima eingefunden. Und dann habe ich einen bekannten Dexterin der Züchter angerufen, den haben wir schon vor Jahren, haben wir kennengelernt und keine Ahnung, der ist mir plötzlich ins Sinn gekommen und habe den angerufen und gesagt, hast du nicht eine Kuh für uns? Und der hat sich gesagt, ja, super, der hat sich viel gefreut, der ist aus dem Südburgenland, hat dort eine Dexterin der Herde, auch in Freilandhaltung, also sehr, sehr große Herde und wirklich gute Haltung. Und er hat gesagt, ja, super, dass du anrufst, er hat die perfekte Kuh für uns, weil die ist zu klein für die Zucht, normalerweise schlachtet er, lässt er nur die Stiere schlachten. Die Mädels kommen weit in die Zucht, das ist kein milchverarbeitender Betrieb, sondern fleischverarbeitend. Aber die Joko, benannt nach der Jokono, ist zu klein für die Zucht und deswegen hätte er es halt auch geschlachtet. Und hat sich aber trotzdem viel gefreut, dass wir anrufen, dass ihr dieses Schicksal sozusagen erspart bleibt. Und wir haben einen Hänger geschnappt, sind runtergefahren ins Südburgenland, haben die Joko gekauft zum Fleischpreis und sind mit ihr nach Hause gefahren. Und das war so speziell, kannst du dir erinnern, was wir da aufgeführt haben? Das war sensationell, weil auch in dem Fall immer der Gedanke nicht sofort zusammenlassen, damit sie sich mehr gewöhnen können. Vor allem die waren noch jung, die waren jetzt ein Dreivierteljahr alt. Deshalb hat der Andi für sie im Gehege ein eigenes Gehege gebastelt mit Elektrozaun, vierfach Litzen, sodass man sie dort einmal reinstellen kann. Tja, wir führen sie dort rein. Joko schaut sie dreimal um und fetzt durch den Zaun durch. Und den Stromzaun durch zu den anderen dreien. Die anderen drei waren riesen. Also sogar die Fatima war gegen sie, obwohl der Zwergzebo groß. Und der Andi ist am Durten gestanden, weil natürlich es kam, es kommen musste. Alle drei sind der Joko einmal nachgefetzt im vollen Galopp. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für ein Anblick ist. Da bebt die Erde. Und wir haben beide einen Stock in der Hand gehabt, der in dem Moment dermaßen lächerlich vorkommt, weil du kannst nichts machen, also du kannst nicht einschreiten. Und dann sind die, in zehn Minuten sind die über die ganze Weide galoppiert. Also der Joko nach. Und dann war es vorbei. Dann sind sie stehen geblieben, haben sie beschnuppert. Und dann hat die Bonnie die Joki adoptiert. Aber absolut. Also das war wirklich ein Herz und eine Seele vom ersten Augenblick an. Und das ist auch jetzt noch so. Also die zwei sind das absolute Dreamteam. Die Joko, obwohl sie wesentlich kleiner ist als die Bonnie, lässt sie nichts gefallen von ihr. Und das zweite Dreamteam sind eben Abdul und Fatima. Und sie verstehen sie aber zu viert untereinander ist die Herde jetzt auch wieder total harmonisch. Mit eben diesen zweier Freundschaften. Was für eine schöne Geschichte. Ja, schon, oder? Dann würde ich einmal sagen, ist es wieder Zeit für Werbung, oder? Auf geht's. Werbung. Aus der Reihe berühmte Zitate, die auf Hof Sonnenweide gesagt wurden. Mein Baby gehört zu mir. Tierpatin Pia über ihr Patenschaf Happy. Übrigens auch gesagt hat es Patrick Swayze in Dirty Dancing 1987. I'll be back. Tierpate Steve, nachdem er das erste Mal bei uns am Hof war. Auch gesagt hat es Arnold Schwarzenegger in Terminator 1984. Oh, Captain, mein Captain! Hofknecht Andreas N. zu Chefin Elisabeth Nussbaumer. Auch gesagt hat es Ethan Hawke in Der Club der Toten Dichter 1989. Begegnungen mit den Tieren auf unserem Lebenshof sind zwar nicht immer Hollywood-reif und Oscar-verdächtig, aber immer unvergesslich. Alle Infos zu den Patenschaften findest du auf www.hof-sonnenweide.at. Also, hasta la vista, Baby. Werbung Ende. Ich finde es wichtig, dass jetzt auch in der Werbung einmal anerkannt wurde, wer die Chefin ist. Du, Werbung ist immer fiktional. Die stimmt nie. Nichts, was in der Werbung gesagt wird, stimmt. Den Grundsatz der Werbe, Wahrheit, bilden wir ein. Wäscht weißer als weiß, sage ich nicht. Was war das? Ariel, oder? I don't know. Persil, ich weiß nicht. Also, soweit zum Thema Wahrheit in der Werbung. Genau. Achso, doch, ja, ja. Dann kommen wir jetzt endlich zu deiner Rubrik, wo du einmal ein bisschen mehr reden darfst, als ich. Achso? Ja. Damit ich einmal etwas zum Reden habe. Genau. Hier sind die tierischen News, live aus den weltberühmten Hölf Sonnenweide Studios in Webersdorf. Die tierischen News, liebe Elisabeth. Ich habe wieder Nachrichten aus der Tierwelt für dich mitgebracht. Heute wird es dich freuen, zu hören von alten Bekannten, nämlich Schimpansen und Bonobos. Was hast du mit dir nennst? Persönlich nicht so viel. Weniger. Aber ich habe ja einige Jahre ehrenamtlich für das Jane Goodall-Institut gearbeitet und habe unter anderem auch Workshops gemacht in Schulen, Schimpansen-Workshops. Also insofern interessiert mich das sehr. Vielleicht erzähle ich dir jetzt auch gar nichts Neues. In dem Bericht ist zu lesen, dass Schimpansen und Bonobos sich auch noch nach 26 Jahren an ihre Freunde erinnern können. Sie können sie, und das ist eben etwas Besonderes, sogar auf Fotos wiedererkennen. Primaten haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Das sagt nicht nur ein Sprichwort. Es stimmt tatsächlich. In dieser Studie zufolge erkennen Schimpansen und Bonobos alte Freunde wieder, selbst wenn sie die über 26 Jahre lang nicht gesehen haben. Die Forscherinnen und Forscher haben beiden Primatenarten Fotos von Artgenossen gezeigt. Auf denen waren entweder Gesichter treuer Gefährten zu sehen oder die Gesichter von fremden, unbekannten Artgenossen. Und die Reaktion war eindeutig. Die Tiere haben bevorzugt die Fotos von ihren Freunden. Die anderen haben sie einfach liegen lassen. Ein weiblicher Bonobo namens Luise hat in dem Test besonders gutes Gedächtnis bewiesen. Nämlich ein Foto von ihrer Schwester Loretta und ihrem Neffen Erin war sie absolut begeistert, obwohl es die zwei eben seit über 26 Jahren immer gesehen hat. Von wann ist die Studie? 2023. Dezember 2023 von der John Hopkins Universität. Na, finde ich spannend. Also habe ich jetzt in dem Sinn nicht gewusst. Für mich ist es eher spannend, dass das erst jetzt erforscht worden ist. Möglicherweise einfach wieder erforscht. Das ist der Sinn und Zweck von Wissenschaft und Forschung, sich immer wieder zu hinterfragen. Und das ist möglicherweise einfach eine neue Studie zu einem bereits möglicherweise gefundenen Wissen. Aber ich nehme an, du verlinkst die Studie dann in den Show Notes. Forscher glauben übrigens, dass das soziale Gedächtnis von Primaten vergleichbar ist mit dem von Menschen. Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass Schimpansen, also die DNA von Schimpansen zu 98,7 Prozent gleich ist wie die von Menschen. Also das ist Fakt. Wir unterscheiden uns quasi um wenige Prozent, 1,3 Prozent, wenn ich es richtig gerechnet habe, in der DNA nur von Schimpansen. Das ist schon gewaltig. Der Orang-Utan zum Beispiel hat mit Menschen 97 Prozent der DNA gemeinsam. Gorilla ist irgendwo dazwischen. Aber das sind die Menschenaffen, da gehört der Gorilla dazu. Der Bonobo, der Schimpanse und der Orang-Utan, das sind die, und der Mensch. Aber du hast irgendwann einmal erzählt, die Schimpansen sind den Menschen näher als dem Orang-Utan. Genau, genau. Der DNA. Genau, ja. Wow. Das ist schon, also da ist nicht viel um in dem Sinn. Was ich nämlich spannend finde, du hast mir ja gestern schon ganz kurz nur umrissen, worum es geht in deinen tierischen News. Und ich habe mich erinnern können, dass ich vor Jahren schon einmal gelesen habe, dass Schafe das auch können. Und tatsächlich, es gibt eine Studie, habe ich es dann herausgefunden im National Geographic, ist die erwähnt, von 2021. Die wurde an der Cambridge University gemacht, dass Schafe das auch können. Schafe können Menschen von Fotos unterscheiden. Also andere Schafsgesichter sowieso. Da habe ich jetzt die Studie nicht dazu gefunden, zwischen 50 und 100 andere Schafsgesichter können Schafe untereinander unterscheiden. Da ging es aber nicht darum, wie lang, sondern dass sie es unterscheiden können. Die Tatsache, dass sie es unterscheiden können. Genau. Und in der Studie von 2021 ging es darum, dass sie tatsächlich Menschen von Fotos voneinander unterscheiden können. Und zwar von Fotos, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden. Man hat da so Berühmtheiten genommen. Da hat sich so, ist täufig in mir gefragt, warum ausgerechnet Barack Obama hat man dann zum Beispiel genommen. Und die Emma Watson von Harry Potter und noch fünf, sechs andere Berühmtheiten. Wie heißt sie? Hermine. Die Hermine, genau. Hermine Granger. Die hat mir die Schafe unterscheiden lassen. Die Schafe haben dann verschiedene Vorlieben auch gehabt. Und angeblich hat man diese Fotos genommen, weil es von diesen berühmten Persönlichkeiten Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln gibt, die man den Schafen vorgelegt hat. Blödsinnig kann für jeden Menschen Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln nehmen. Warum auch immer. Aber sie können es. Also das ist jetzt nicht nur eine Eigenschaft, die man hat sich früher eigentlich nur den Affen, also Menschenaffen zugeschrieben und den Menschen Gesichter von Fotos wiederzuerkennen. Aber es können eben auch Schafe. Das habe ich sehr spannend gefunden. Scheite Tiere. Übrigens, Elefanten können sich über 30 Jahre lang erinnern an ihre Artgenossen. Ja. So alt sind wir jetzt, Elisabeth. Das hatten wir schon. Andi, du verleugnest dein Alter. Niemals nie. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Genau. So. Ja. Ihr Lieben, wir sind wieder angelangt am Ende unseres Podcasts. Genau. Da darf natürlich eines nicht fehlen, nämlich die heißgeliebte Rubrik der Playlist. Undi hat sich jetzt schnell noch untergeschoben, damit ich es ja auch nicht vergisse. Richtig. Wir packen heute drauf das Original von dem Werbesong heute, Phantom of the Opera. Hört es euch so an, ich glaube, meine Version gefällt euch besser. Da bin ich überzeugt davon. Der Vergleich macht sich sicher. So, und damit wir es nicht vergessen, wir haben noch eine ganz große Bitte an euch. Wir möchten teilnehmen am Ö3 Podcast Award. Warum möchten wir das? Weil wir sehr viel Energie, Herzblut, Aufwand in unseren Podcast stecken. Das warnt nicht gern machen. Auch die Botschaft unbedingt. Weiterbringen. Und zwar die Botschaft der Tiere, die eben so, so, so viel mehr sind als nur Nutztiere. Nämlich Persönlichkeiten. So, wie wir es im Vorspann im Intro sagen, interessante Persönlichkeiten. Genau. Aber auch um Menschen und die Natur. Ja, und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Es kostet euch ein bisschen Zeit. Man kann auf der Ö3 Homepage für die Podcasts nominieren. Und da gibt es ja einfach den Namen unseres Podcasts ein. Lass die Sau raus. Man beschreibt ganz kurz, warum man den Podcast gut findet. Gibt es eine E-Mail-Adresse ein. Man kriegt dann nochmal eine Mail von Ö3, die man bestätigen muss. Und damit ist es erledigt. Das heißt, es kostet euch kein Geld. Es kostet euch ein bisschen Zeit. Und uns wird es unglaublich viel bringen, weil wir einfach die Reichweite durch Ö3 einfach wesentlich, wesentlich erweitern können. Und weil es da draußen so viele riesengroße Podcast-Giganten gibt, hauptsächlich von Medien, von Großen, die ja dementsprechende Power natürlich haben, die wir nicht mitbringen. Und darum wird es uns helfen, wenn wir sozusagen David gegen Goliath mäßig von euch unterstützt werden. Ja, also einfach auf die Ö3-Homepage gehen, unseren Podcast, Lass die Sau raus, nominieren. Ihr könnt es das täglich machen. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen habt, könnt Sie es auch von mehreren E-Mail-Adressen machen. Ihr könnt den ganzen Tag nichts anderes machen, wenn es halt. Nein, das geht nicht einmal täglich, funktioniert. Also, wenn man 100 E-Mail-Adressen hat, dann ist man die Zeitung beschäftigt. Ja, also es würde uns sehr, sehr helfen, uns weiterbringen, den Podcast verbreiten, die Botschaft der Tiere verbreiten. Das wäre echt fein, wenn du uns da unterstützt. Vielen Dank schon mal. Ja, und wenn es sonst Fragen gibt, Anregungen, Ideen, Tipps für Experten und Expertinnen, die wir einladen sollten, dann gibt es dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet andreas-sonnenweide.de Hurra, wir freuen uns auf eure Post. Genau, und bis zum nächsten Mal. Lasst die Sau raus. Tschüss. 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 Tschüss.